Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elder Scrolls 6 Theorien und Diskussionen. Und heute habe ich mir anlässlich des Releases von Fall der dunklen Bruderschaft der Erweiterung zum Kartenspiel The Elder Scrolls Legends eben jene dunkle Bruderschaft als neues Thema herausgesucht. Und ich möchte von euch eigentlich nur etwas ganz einfaches wissen. Wie kann man die dunkle Bruderschaft verbessern für Test 6? Wie soll sie dort aussehen bzw. wie würdet ihr sie dort gestalten? Die dunkle Bruderschaft ist für alle, die es nicht wissen sollten aus irgendwelchen Gründen, eine Gemeinschaft von Assassinen, deren Oberhaupt die Mutter der Nacht ist. Also quasi eine Leiche, die immer wieder hin und her gewechselt hat zwischen den verschiedenen Spielen. Es gibt einen Zuhörer, der kann die Befehle der Mutter der Nacht entgegennehmen, weil wie gesagt, sie ist eine Leiche und kann deswegen nicht so richtig sprechen. Aber der Zuhörer kann sie verstehen und kann dann eben entsprechend die Aufträge weiterreichen an die entsprechenden Mitglieder und Assassinen. Und sie verehren die Göttin Zithis, was vielleicht auch noch ganz wichtig sein könnte. In Elder Scrolls Spielen war es bisher eigentlich immer so der Fall, zumindest in den letzten großen Spielen, dass die dunkle Bruderschaft ihre eigene Storyline bekommen hat und immer auch einen sehr wesentlichen Anteil an dem Spiel hatte und immer auch meistens ziemlich gute Quests beinhaltet hat. In Oblivion war es sogar so, dass es die beste Quest des gesamten Spiels hatte, zumindest aus meiner Sicht, nämlich das Mörderhaus. Der Spieler wurde mit x anderen NPCs in ein Haus eingeschlossen und einer war eben der Mörder und die sind der Reihe danach gestorben. Gut, der Mörder ist der Spieler, das ist von Anfang an klar, aber man muss halt immer relativ clever vorgehen, um die anderen Charaktere umzubringen. Und überhaupt, wie sie die ganze Quest entwickelt hat und wie sie dann schlussendlich aufgelöst wurde, war schon ziemlich cool und wie gesagt, das war mein absolutes Highlight in Oblivion. In Skyrim waren die Quests dagegen zwar nicht schlecht, aber es ist auch keine so richtig wirklich hängen geblieben. Lediglich die allererste mit dem Waisenhaus ist jetzt mir in Erinnerung gekommen, als ich hier diese Ausgabe hier vorbereitet habe, aber ansonsten ist keine da, die so wirklich hervorsticht vor allen anderen. Ich halte die dunkle Bruderschaft für alles andere als schlecht gemacht in Skyrim und es ist auch bisher immer eines meiner Highlights in Testspielen gewesen, aber ich denke, man kann trotzdem noch einiges oder zumindest ein bisschen was verbessern an dem Spiel. Und da habe ich mir ein paar Punkte rausgesucht, die ich zum Beispiel daran verändern würde, beziehungsweise aus meiner Sicht natürlich dann verbessern würde. Und das fängt schon damit an, dass für mich der Spieler nicht immer als der Zuhörer enden muss. Wir hatten das eingangs geklärt, der Zuhörer ist quasi die höchste Entität an Lebenden, innerhalb der dunklen Bruderschaft, der ist quasi der Anführer davon und als Spieler ist man immer geneigt, als Meister, als Bester, als Oberster irgendeiner Gilde zu ändern. Also hier zum Beispiel als Zuhörer. Aber warum eigentlich? Man muss doch nicht immer in allem der Beste und Tollste sein. Ich bin eher ein Freund davon, dass man zum Beispiel gewisse Ruffraktionen einbringt. Das heißt, wenn man Erzmarke der Magier-Gilde ist, sollte man nicht vielleicht Meisterdieb sein oder auch Zuhörer eben. Für mich widerspricht sich das einfach. Und daher würde ich mir wünschen, dass der Spieler mehr Möglichkeiten hat und nicht eben als Zuhörer enden muss. Genauso ist es für mich, dass nicht immer alle wichtigen Charaktere innerhalb der dunklen Bruderschaft sterben müssen. Ich glaube nicht, dass es ein großartiger Spoiler ist, denn ich kann mich nicht so hundertprozentig daran erinnern und habe es bewusst nicht extra recherchiert, aber nach meinem Verständnis sind die Mitglieder der dunklen Bruderschaft eigentlich in fast jeder Storyline immer gestorben oder zumindest verstreut worden. Und daher wäre es vielleicht eigentlich mal eine ganz nette Abwechslung, vielleicht der ein oder andere Mal überleben würde. Denn bisher ist es einfach ziemlich ausgelutscht. Das ist eine Assassinen-Gilde, Assassinen töten, also sterben sie auch, weil sie leben halt dadurch, um zu töten. Und daher finde ich, dass ein paar Charaktere durchaus das Ende des Spiels dieses Mal erleben dürfen. Gut, das war ein relativ geringer Punkt. Kommen wir mal wieder zu einem ernsthaften Punkt. Die dunkle Bruderschaft sollte meiner Meinung nach sehr viel mehr Macht bekommen. Ich meine damit, dass sie im Grunde genommen nur eine kleine Gruppierung in den Testspielen waren und fast in Vergessenheit geraten. Dann haben sie irgendeine glorreiche Tat tätigt, zum Beispiel einen Kaiser ermordet, und dann gelangten sie dadurch wieder zu Ruhm. Aber am Ende standen sie ja immer wieder doch relativ geschwächt und irgendwie verbreitet und irgendwie auseinandergestreut da und haben wenig Angst und Schrecken verbreitet. Daher mein Wunsch, lasst die dunkle Bruderschaft in Test 6 einfach wieder machtvoll sein. Lasst sie wirklich Angst und Schrecken verbreiten. Lasst sie ein Horrormärchen für Kinder sein. Etwas, was wirklich wichtig in den Spielen ist. Und eine vierte Sache, die ich da gerne noch nennen würde, wo ich allerdings nicht weiß, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Ich bin dafür, dass es mehr Sanktuarien gibt. Also zum Beispiel eine Art Netzwerk von verschiedenen Unterschlüpfen der dunklen Bruderschaft. Meinetwegen sogar verschiedene Splittergruppen oder unterschiedliche Fraktionen innerhalb der dunklen Bruderschaft. Es gab ja durchaus schon mal irgendwo die Anleihen, dass man gesagt hat, dass Charakter X nicht der Mutter der Nacht folgen möchte und diesen alten Traditionen abschwören möchte. Warum nicht daraus eine neue Gruppierung machen, die sie dann gegeneinander wirken und darum streiten, wer jetzt tatsächlich die echte dunkle Bruderschaft schlussendlich ist. Sind vielleicht ein paar Anlehnungen an die Serie Einfest da, die ich gerade gesehen habe, aber ich könnte mir das trotzdem sehr gut für die dunkle Bruderschaft in Test 6 vorstellen. Und das sind dann auch die Dinge, die ich grundsätzlich daran verändern, beziehungsweise aus meiner Sicht verbessern würde. Aber es ist ja eine Diskussionsplattform hier und da möchte ich einfach mal wissen, was ihr mit der dunklen Bruderschaft so anstellen würdet. Wie würdet ihr sie verbessern in Test 6? Und wo wir die ganze Zeit jetzt schon darüber gesprochen haben, hier wird jemand ermordet, da wird jemand umgebracht, da gibt es Assassinen, da stirbt irgendwer. Kommen wir doch mal dazu. Was wir in der letzten Woche besprochen, beziehungsweise diskutiert haben, sollte man wichtige NPCs ermorden können? Ja, ich weiß auch nicht, woher das Thema gerade kommt mit Mord- und Todschlag hier in den Videos, aber es passt zumindest ganz gut zur dunklen Bruderschaft. Ich habe mir hierzu zuerst zwei Kommentare rausgesucht, die ziemlich ähnlich sind und daher werde ich sie einfach mal nacheinander vorlesen, denn ich halte die Idee, die darin verkörpert wird, für ziemlich gut und daher solltet ihr sie einmal kennenlernen. Der erste Kommentar davon kommt von Flaknak95. Ich fände es grundsätzlich nicht schlimm, wenn die NPCs sterben könnten. Allerdings sollte es Alternative geben, dass sich die Quest verändert. Der Sohn des Verstorbenen kommt und erzählt, dass sein Vater an etwas gearbeitet hat und bittet euch darum, ihm dabei zu helfen, wodurch sich dann die Questreihe schlussendlich verlängern würde. Oder ein Brief erreicht den Spieler, man wird in einem Testament erwähnt. Wenn ich sterbe, dann bittet XY um Hilfe. Er muss dieses Rätsel lösen. Irgendwie sowas finde ich gut. Die Quest sollte dadurch nicht entfallen, ich meine, im schlechtesten Falle könnte das dem Spiel unheimlich viel Spielzeit klauen. Und der zweite Kommentar kommt von Sulfur, sage ich einfach mal, wegen der 5, am Anfang und schlägt in eine sehr ähnliche Kerbe, geht allerdings noch einen Schritt weiter und gibt mehr Beispiele dazu. Es wäre ja möglich, es so einzurichten, dass es mehrere NPCs gibt, die einem die Quest geben können. Zum Beispiel eine Familie. Der Vater, NPC 1, hat eine Kohlemine geerbt und in der sind halt Däderer und treiben ihr Unwesen. Stirbt er durch einen Unfall, Unfall, Anführungsstriche für ihn, gibt seine Frau, NPC 2, dem Spieler beim nächsten Besuch in der Stadt die Quest mit dem Zusatz, mein Mann hat diese Mine geerbt und jetzt ist er tot. Wie dem auch sei, räum doch bitte mal auf. Stirbt die Frau, dann trifft man eben die Kinder, also NPC 3 in Waisenhaus, oder NPC 3 in 4. Die erzählen einem einen, dass sie ihre Eltern verloren haben und ihr einziges Erbe in einem kleinen Haus und einer Mine besteht. Die können aber nicht mehr sterben, das würde sonst denke ich mal zu viel werden. Außerdem sind es Kinder. Sonst könnte man das Problem mit der realistischen Spielwelt lösen und gleichzeitig die Quest retten. Wie gesagt, es sind beides Kommentare, die relativ ähnliche Ideen hier verkörpern und daher habe ich sie jetzt hier einfach mal zusammengefasst. Man muss ja auch Innovationen reinbringen nach so zu viel Folgen, Weekly und Elder Scrolls 6 Diskussionen. Daher kombinierte Kommentare. Aber ich finde die Idee, die in diesen beiden hier eben weitergereicht wird, ziemlich gut. Ich denke allerdings auch, dass es ziemlich schwierig wäre, sie zu implementieren. Also die Grundidee ist ja, man hat eine Quest, sie kann aber nicht nur von dieser einen Person gegeben werden, sondern von mehreren. Grundsätzlich halte ich das System erstmal für schlecht, wenn es nur so klingt. Wenn man dann nämlich hat, ja okay, der Schmied kann einem die geben, der Müller kann einem sie geben, vielleicht kann ihm einfach irgendein Bettler diese Quest geben, dann verliert das für mich so ein bisschen die Persönlichkeit des Ganzen. Allerdings muss man da auch sagen, man weiß als Spieler ja wahrscheinlich gar nicht, wem die Quest eigentlich gehört hätte. So dass man als Entwickler hingehen kann und sagt, ich bereite diesen Queststrang vor. Und egal welche Person es ist, es passt trotzdem. Gerade wenn es ist, hier hat eine Miene geerbt beispielsweise, dann würde es ja auch passen, wenn der Schmied kann eine geerbt haben, der Müller, hatte ich glaube ich gesagt, kann eine geerbt haben. Gut, meinetwegen kann sogar der Bettler eine geerbt haben. Und das würde dann zu einer interessanten Hintergrundgeschichte führen, egal welcher Charakter das tatsächlich hat. Problematisch wird es dann lediglich an der Stelle, wenn mehrere Charaktere dann, ja einfach ohne dastehen. Weil von diesen drei, die man als Auswahl hat, gibt einem einer ja nur die Quest und die anderen können sie ja dann nicht mehr haben. Das heißt, man müsste für die dann eventuell irgendeine Art von Backup-System haben. Gut, der Bettler kann einfach nur Bettler sein, der Schmied einfach nur Schmied, aber es wäre ja zumindest wünschenswert in einem Spiel, dass man sich mit denen unterhalten kann und dass sie zumindest ein bisschen Backstory und Charakter einfach haben. Da würde es zumindest besser passen, wenn das tatsächlich mit der Familie so wäre. Das würde hervorragend so oder so reinpassen. Vater gibt einem die Quest, stirbt. Okay, doof gelaufen. Kann ja mal passieren, vielleicht war die dunkle Bruderschaft ja auch beteiligt. Soll ja vorkommen. Dann ist die Frau da und sagt einem eben, dass man das machen soll. Warum nicht? Würde ja gut reinpassen. Das mit den Kindern dann allerdings wäre für mich ein Schritt zu weit. Ich finde das dann relativ unrealistisch, dass sie sagen, zu einem Kinder im Waisenhaus ankommen und sagen, hey, wir haben eine Mine geerbt, geh da mal bitte hin und räum sie auf. Halte ich für ein bisschen unrealistisch und schwierig an der Stelle, aber ich weiß, worauf du hinaus willst und daher finde ich das schon ziemlich gut. Das mit dem Testament, aus dem ersten Kommentar, der erwähnt wird, dass der Spieler eben die Quest bekommt. Der NPC wurde zwar getötet durch irgendwas, aber er kriegt die Quest trotzdem eben durch ein Testament, durch einen Brief von einem Freund beispielsweise. Gibt es ja durchaus mehrere und wird sehr unübersichtlich im Inventar. Könnte ich mir sehr gut vorstellen daher. Also grundsätzlich ja, sehr gute Idee, wie man das Ganze mit den wichtigen NPCs ermorden im Spiel implementieren könnte. Und da wir heute schon zwei Kommentare hatten, habe ich jetzt lediglich noch einen dritten herausgesucht, auf den ich eingehen möchte. Der ist dafür allerdings deutlich umfangreicher. Also. Jonas der Bärtige schreibt. Ich persönlich finde, dass das Töten von allen NPCs ein sehr interessantes Feature wäre. Mich hat diese Schutzzone um wichtige NPCs in Skyrim schon immer gestört. Ich fand das einfach unrealistisch. Ein Jahl geht nach einem Angriff nur auf die Knie, während ein Drache vom Himmel fällt. Außerdem würde die absolute Sterblichkeit für NPCs, also auch durch die Umwelt, den Wiederspielwert deutlich erhöhen. In einem Durchlauf wurde möglicherweise ein ganzes Dorf durch Vampire, Banditen oder ähnliches ausgelöscht und der Spieler findet nur noch leere Häuser oder Ruinen vor, während es in einem anderen Durchlauf komplett verschont blieb und so Quests ermöglicht, die man noch gar nicht kennt. Und dem Tod von relevanten Personen während einer Quest kann man entgegenwirken, indem man sie einfach zum nächsten Ort eskortiert. Das wurde dem Spieler auch in Skyrim schon angeboten, wo es aber vermutlich niemand gemacht hat, da es einfach keinen Unterschied macht, ob man einen Unsterblichen begleitet oder nicht. Ohne diesen Schutz müsste man sich entscheiden, ob man lieber sicher geht, dass man die Quest beenden kann oder doch lieber erkunden geht. Und wenn man den NPC begleitet, er aber trotzdem gestorben ist, kann man immer noch hoffen, dass er alle wichtigen Infos für die Quest aufgeschrieben hat. Damit sind wir übrigens wieder beim Brief oder beim Testament, je nachdem. Ansonsten bleiben einem nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Quest aufgeben oder das Spiel neu laden und beim nächsten Mal mehr anstrengen. Dadurch wäre die Welt wirklich dynamisch und auch so kleine Entscheidungen, begleite ich einen Questgeber zunächst zunächst ziel oder gehe ich lieber Blumen pflücken, hätten einen großen Einfluss auf das Spielgeschehen. Nur NPCs, welche für die Hauptstory wichtig sind, sollten eventuell etwas schreibfreudiger sein oder eben schwerer zu töten. Das, was hier angesprochen wird, ist im Grunde genommen eine Idee, die ich auch schon mal in einem Video vorgestellt habe, dass die Welt quasi auch ohne den Spieler weiterläuft. Ich weiß, es gab auch durchaus Überfälle, gerade Vampire, kamen ja dann mal irgendwann ins Spiel, es gab ja auch Drachenüberfälle und da konnte schon mal irgendwas kaputt gehen. Also kaputt gehen in Anführungszeichen, weil weder sind Häuser kaputt gegangen, noch sind tatsächlich NPCs gestorben dadurch. Aber man könnte ja dann durchaus, wenn man die Sterblichkeit mit einem bezieht, auch sagen, durch diese zufälligen Ereignisse kann es sterben. Und ich persönlich bin ein großer Fan davon, wenn es dann heißt, in diesem Spieldurchlauf ist das Dorf halt zerstört worden. Dann kannst du das halt nicht erleben. Wir werden ja trotzdem als Spieler in einem Elder Scrolls Spiel noch locker 100 andere Stunden in dem Spiel verbringen können. Da macht ein Dorf mehr oder weniger vielleicht nicht so den großen Unterschied. Aber es erhöht auf jeden Fall den Wiederspielwert, den ich persönlich sehr gerne in Elder Scrolls spielen hätte oder mehr noch hätte. Das würde dann zumindest auch in das System, was ich vorhin eingeführt habe oder zumindest vorgeschlagen habe, führen, dass man eben bei den Ruf-Fraktionen so ein bisschen gegeneinander wirkt. Wenn man 1 ist, kann man nicht 2 werden. Wenn man B ist, kann man nicht D werden. Und so weiter. Würde hier nochmal den Wiederspielwert mit reinbauen. Ich finde es ebenfalls gut, dass man NPCs dann tatsächlich begleiten muss. Allerdings ist das immer eine sehr, ja fast schon langweilige Aufgabe. Klar, der NPC läuft durch die Welt, er läuft meistens nicht in dem Tempo, den der Spieler, äh, das das Spieler gerade haben möchte. Da sollte man halt vielleicht ein bisschen mehr drumherum ausstaffieren. Sagen wir zum Beispiel, er führt irgendeinen Dialog mit dem Spieler. Das war in Witcher 3 zum Beispiel ganz oft der Fall. Wenn du irgendeinem Charakter in den nächsten Raum oder in den nächsten Ort folgen musstest, dann hat er auf dem Weg dahin einige Dialoge geführt. Er hat einfach gesprochen. Wenn du nicht in der Nähe warst, hast du sie verpasst. Pech. Aber er ist ja trotzdem zumindest bis zu einem gewissen Grad weitergelaufen. Das finde ich in Alice Crouch-Spielen ebenfalls gut. Dass man die Möglichkeit hat, immer noch wegzulaufen einfach von dem Questgeber. Und vielleicht kommt er ja auf alleine zum Ziel, vielleicht auch nicht. Muss man halt schauen. Aber wenn man dann noch ein zusätzliches Incentive gibt, also dass er erzählt auch noch eine interessante Geschichte über sich beispielsweise, über einen Ort oder vielleicht sogar über eine weitere Quest, die er dann anschließen könnte, dann würde man ihm nochmal eine Art Möglichkeit geben, zu entscheiden, möchtest du das jetzt hören, möchtest du diese Zusatzinfo haben oder kannst du trotzdem weggehen. So könnte man damit so ein bisschen das Begleiten eines Questgebers ausgleichen, was ja an sich eine eher langweilige Aufgabe ist. Ihr seht schon, es sind einige gute Kommentare hier dabei rumgekommen und auch einige sehr interessante Ideen. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr dann aus der dunklen Bruderschaft macht, weil ich denke, sie hat noch mehr Potenzial als einfach nur irgendwelche wichtigen NPCs umzubringen. Mal schauen, was euch dazu so einfällt. Und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.